die Preise der Thüringer Landesregierung. Dazu liegt die Unterrichtung durch die Präsidentin des Landtags in der Drucksache Nummer 5, 62, 31 vor. Und als erster hat das Wort für die FDP-Fraktion Herr Abgeordneter Barth. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, unsere kritische Sichtweise auf die Verleiherung des Demokratiepreises der Landesregierung diene der Diffamierung eines verdienstvollen Bürgers und sei ein Schlag ins Gesicht aller, die sich gegen rechts engagieren. So hieß es in Pressemitteilungen aus den beiden linken Fraktionen dieses Hauses. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Das kommt offenbar wieder auf uns zu, wenn die Kommunisten und die Ökokommunisten in diesem Land das sagen kriegen. Dass ein Pfarrer, meine sehr verehrten Damen und Herren, für einen Demokratiepreis in Frage kommt, sollte an sich nichts Ungewöhnliches sein. Dass ein Pfarrer wegen aufwieglerischen Landfriedensbruchs vor Gericht steht, ist zumindest in Thüringen seit der Wiedervereinigung ein einmaliger Vorgang. Das ist deshalb anzumerken, weil Herr König nicht der erste und auch nicht der einzige Thüringer Pfarrer ist, der sich seither gegen rechts engagiert hat. Die Tatsache, dass dieser Prozess stattfindet, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist kein Skandal, sondern das normale Mittel des Rechtsstaates, erhobene Vorwürfe zu untersuchen. Ich weiß nicht, ob die Vorwürfe gegen Herrn König zutreffen. Es kann gut sein, dass er nicht verurteilt wird, weil Sie sich als falsch oder als nicht ausreichend herausstellen. Wenn das so kommt, ist es gut für ihn. Ich sage, ich bin froh, in einem Land zu leben, in dem Gerichtsverfahren auch so ausgehen können und nicht mehr in einem Land, in dem Schuld und Strafmaß schon vor Prozessbeginn feststehen. Was die Linken mit ihrer Skandalisierung dieses Verfahrens wollen, ist doch etwas ganz anderes. Sie stellen die Grundsätze des demokratischen Rechtsstaates infrage. Gleiches Recht für alle, das ist es, was Ihnen nicht passt. Sie wollen die Guten sein, die besser sind als die anderen und deswegen auch mehr dürfen als die anderen. So stellen Sie sich das vor. So ist es aber eben nicht, meine Damen und Herren. Für Sie gelten dieselben Regeln wie für jeden anderen. Ein Wesensmerkmal des demokratischen Rechtsstaates ist die Gewährung von Minderheitenrechten. Dazu gehört das Demonstrationsrecht, welches naturgemäß von Minderheiten beansprucht wird. Ohne den Rechtsstaat, der dieses Recht garantiert, wird die Herrschaft der Mehrheit zur Tyrannei gegen die Minderheiten. Und ob uns diese Minderheiten gefallen oder nicht, meine Damen und Herren, das spielt dabei überhaupt keine Rolle. Die Polizei schützt übrigens dieses Minderheitenrecht. Sie übt für den Staat das Gewaltmonopol aus. Es geht eben nicht, dass jeder, der sich moralisch im Recht fühlt, selbst zur Waffe oder zum Pflasterstein greift und glaubt, gute Absichten würden ihn dazu legitimieren. Das tun Sie nicht, meine Damen und Herren. Die Verleihung des Demokratiepreises der Thüringer Landesregierung, des Thüringer Sozialministeriums, egal an wen, zu einem Zeitpunkt, an dem derjenige wegen des Vorwurfs des aufwieglerischen Landfriedensbruchs vor einem ordentlichen Gericht steht, ist auf dieser rechtsstaatlichen Grundlage in mehrfacher Hinsicht eine falsche Entscheidung. Erstens. Zur demokratischen und offenen Alltagskultur, so der Ausschreibungstext, gehört zwingend die Einhaltung der Gesetze und Regeln des demokratischen Rechtsstaates. Deshalb ist die Vergabe des Preises durch die Landesregierung vor dem Abschluss des Verfahrens ein Affront eines Verfassungsorgans gegen den demokratischen Rechtsstaat. Zweitens. Es ist der Landesregierung offenkundig egal, ob die Vorwürfe berechtigt oder unberechtigt sind. Der Preis wird verliehen, auch wenn sich im Nachhinein herausstellen sollte, dass der Geehrte doch zur Gewalt gegen Polizisten aufgerufen hat. Deshalb ist die Vergabe dieses Preises zu diesem Zeitpunkt in jedem Fall ein Affront des Dienstherrn gegen die Polizei. Drittens. Sie schließen sich mit der Preisverleihung der Skandalisierungsversuche der Linken an. Deshalb ist das auch ein Affront gegen die unabhängige Justiz. Und viertens, meine Damen und Herren, zur Bandbreite innovativer und kreativer Ideen, Ausschreibungstext, gehören offenkundig auch Handlungen, die zumindest zur Anklageerhebung vor einem Gericht ausreichen. Das ist ein fatales Signal auch an die Empfänger der Anerkennungspreise, die auf solche Handlungen verzichtet haben. So kann man offenbar keinen Hauptpreis gewinnen. Kreativität, meine Damen und Herren, ist keine objektive Kategorie. Aber wenn vor dem Domizil der jungen Gemeinde in Jena zum Schottern aufgerufen wird und dort in der Jenaer Innenstadt dann Plakate hängen mit der Abschrift Hauptsache es knallt, dann muss sich der Verantwortliche, und das ist in dem Fall der Jugendpfarrer, das zurechnen lassen. Und dann nehme ich mir auch heraus, zu sagen, dass das die Grenzen der Kreativität im demokratischen Rechtsstaat überschreitet. Gerade bei der Vergabe des Demokratiepreises sollten diese Grenzen aber überschritten werden. Mit Ihrer Skandalisierung, der Kritik an der Preisverleihung, vereinnahmen Sie von den Linken und den Grünen auch, im Übrigen auch viele engagierte Bürger gegen deren Willen. Herr Abgeordneter Barth, bei Weitem nicht alle, die sich in Jena und in Thüringen gegen Rechts engagieren, sehen das, was von der jungen Gemeindestadt Mitte in Jena ausgeht, immer mit so kritikloser Bewunderung, wie Sie das hier glauben machen möchten. Vielen Dank. Für die CDU-Fraktion hat der Abgeordnete Scherer das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte gleich am Anfang meines Beitrags eines klarstellen. Ich nehme nicht dazu Stellung, ob Herr König den Thüringer Demokratiepreis des Sozialministeriums zu Recht erhalten hat. Dazu gab es offenbar eine Jury, die, so gehe ich mal davon aus, aufgrund einer fundierten Darlegung dessen, was Herr König in den vergangenen Jahren im Sinne der Auswahlkriterien getan hat, sich ein Urteil gebildet hat. Und nur damit alle das noch einmal gehört haben, was da solche Kriterien waren, zum Beispiel die Umsetzung kreativer Ideen in der Auseinandersetzung mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, nur mal zum Nachdenken. Oder besondere Erfolge in der Arbeit für eine offene Alltagskultur, auch mal zum Nachdenken. Ich gebe es mal in diese Richtung weiter. Also, wenn sonst nichts wäre oder die Preisverleihung durch irgendeinen Verein erfolgt wäre, gäbe es sicher keinen Anlass, hier über die Preisverleihung zu debattieren. Aber es ist eben nicht so, dass sonst nichts wäre. Es gibt da ein Strafverfahren vor dem Amtsgericht Dresden, bei dem Herr König wegen Landfriedensbruch angeklagt ist. Und hier war zwar schon öfter von Landfriedensbruch die Rede, aber ich will mal kurz vorlesen, was das heißt. Wer sich an Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder Sachen oder an Bedrohungen von Menschen mit einer Gewalttat aus einer Menschenmenge heraus beteiligt oder auf die Menschenmenge einwirkt, um ihre Bereitschaft zu solchen Handlungen zu fördern, wird mit irgendwas bestraft. Das sollte man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Und dieser Vorwurf ist gegen das Strafverfahren in Dresden. Das ist Gegenstand des Strafverfahrens in Dresden. Das heißt, es geht nicht darum, ob Herr König streitbar ist. Mit Verlaub gesagt, es geht darum, der Vorwurf, das ist ein zutiefst undemokratisches Verhalten. Das ist der Vorwurf. Und, ja, ich komme noch drauf, natürlich. Was hat das bis jetzt mit der Unschuldsvermutung zu tun? Und wir haben es hier nicht nur mit einem Ermittlungsverfahren zu tun, was Sie mit Unschuldsvermutung ja meinen. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage erhoben und ein Gericht hat die Anklage zur Hauptverhandlung zugelassen. Gehört alles noch zur Unschuldsvermutung. Und das Gericht hat einen hinreichenden Tatverdacht gesehen. Sonst hätte es nicht die Hauptverhandlung eröffnet. Und jetzt wird dieser Sachverhalt im Gerichtsverfahren ganz ordentlich geklärt. Und entweder wird er hinterher freigesprochen oder er wird verurteilt. Das ist die eigentliche Aufgabe der Judikative in unserem Rechtsstaat. Denn Sie doch manchmal auch so gerne hervorheben, wenn es gerade passt. Und das hat mit Vorverurteilung, Herr Adam, Sie haben doch Staatswissenschaften studiert. Jetzt regen Sie sich doch nicht so auf. Und das hat mit Vorverurteilung doch überhaupt nichts zu tun. Das ist ein ganz normales Strafverfahren. Was ist denn das für eine Vorverurteilung? So. Und nun haben wir im Rechtsstaat Gewaltenteilung. Das heißt, neben der Judikative gibt es noch die Exekutive als weiteren Teil des Rechtsstaats, genauer das Sozialministerium oder noch genauer die Sozialministerin, die gleichzeitig demjenigen einen Preis für besondere Demokratieleistungen im Rahmen des Thüringer Landesprogrammes für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit verleiht, bei dem die Judikative gerade klärt, ob er bei einer Demonstration zu Gewalttätigkeiten gegen Polizisten aufgerufen hat. Und diese Preisverleihung, die kann man nicht auf einen Beirat oder die Jury schieben. Die Laudatio haben die nicht gehalten. Und in einer Zeitung stand, dass die Preisverleihung eine mutige Entscheidung sei. Wir halten die Preisverleihung während des laufenden Verfahrens in keiner Weise für mutig, sondern für unerträglich, respektlos der Justiz gegenüber. Ich will nicht so weit gehen, zu sagen, für einen Eingriff in die Unabhängigkeit der Justiz. So weit nicht. Aber genauso unerträglich ist auch die Aussage in der Laudatio, dass die Staatsanwaltschaft Dresden den Eindruck vermittle, dass Demonstrationen gegen Rechtsextremismus nicht gewollt seien. Wo wird das hergenommen? Wo wird denn das hergenommen? Das ist eine Unterstellung. Wo wird das hergenommen? Auch wenn Sie es unterstreichen wollen. Bei jedem einfachen Polizisten wird eine Beförderung aufgeschoben, wenn nur das kleinste Disziplinarverfahren läuft. Und hier wird, ohne dass es einen zeitlichen Druck gegeben hätte, vom Thüringer Sozialministerium einen Preis für besondere Demokratieleistungen vergeben, während der Preisträger sich gleichzeitig wegen des Vorwurfs demokratiefeindlichen Verhaltens vor Gericht befindet. Und zum Schluss noch, hier mit einer Preisverleihung zu warten, das hätte den Beteiligten gut angestanden. Und so, wie es gehandhabt wurde, ist denn Demokratie- und Rechtsstaatsgedanken ein schlechter Dienst erwiesen worden? Für die Fraktion Die Linke hat der Abgeordnete Rammel nur das Wort. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was war das noch für eine FDP, als ein Burkhard Hirsch und ein Gerhard Baum die Anklagevertretungen für Menschen übernommen hat, die einfach unter Generalverdacht gestellt worden sind, als Liberalität und Bürgerengagement von FDP-Vertretern verteidigt wurde und diese FDP-Vertreter nicht bereit waren, diese Menschen unter Generalverdacht auszugrenzen. Das scheint völlig abhandengekommen zu sein. Und sehr geehrter Herr Scherer, wenn Sie von Dresden und der Dresdner Justiz sprechen, dann reden wir von sehr konkreten Dingen. Während der Demonstration, über die wir sprechen, Funkzellenabfrage, das Gericht hat sie als rechtswidrig erklärt, komplett als rechtswidrig. Das Versammlungsrecht an diesem Tag, über das wir reden, wurde vom Landesverfassungsgericht in weiten Teilen als verfassungswidrig erklärt. Und diese Staatsanwaltschaft, diese Staatsanwaltschaft, Entschuldigung, werte Kolleginnen und Kollegen, Sie haben meine Immunität wegen dieser Staatsanwaltschaft aufgehoben. Diese Staatsanwaltschaft hat 2010 meine Rolle als Vermittler, was der Einsatzleiter der Polizei in den Akten bestätigt hat, dass ich als Vermittler tätig war, als Redelsführerschaft qualifiziert und zur Anklage gebracht. Darauf haben Sie meine Immunität aufgehoben. Und Herr Scherer, seit 2010, seit 2010 haben Sie, hat die Staatsanwaltschaft und das Gericht gegen meine Person nichts unternommen. Das bedeutet, seit 2010 hängt der Vorwurf einer strafrechtlichen Redelsführerschaft, bei dem der Polizeieinsatzleiter erklärt hat, dass ich als Vermittler tätig war. Das bedeutet, Frau Taubert, Sie dürften niemals mich auszeichnen, weil das Verfahren ja noch anhängig ist. Dass diese Leute, die sich hier als Liberale aufspielen, dann die Kronzeugen sind, wundert nicht, weil Sie nutzen jede Gelegenheit, aus Ihrer Bedeutungslosigkeit über andere Menschen herzufallen. Und das, werter Kollege Bergner, Sie in Ihrer Presseerklärung, die Ihr Kollege Barth anschließend vergessen hat, am 14.06. die Behauptung aufstellen, dass der Jugendpfarrer mit einem Transparent draußen herumziehe, das die Aufschrift trägt, Hauptsache es knallt, dass Sie diese Unverschämtheit besitzen, eine Tatsachenbehauptung in einer Presseerklärung vorzunehmen. Da kann ich Ihnen nur als Christ sagen, schauen Sie in die Bibel, schauen Sie in die Gebote, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wieder deines Nächsten. Sie sind derjenige, der behauptet, einfach behauptet, dass der Jugendpfarrer Lothar König es getan hätte und Sie treten keinen Beweis an. Sie erheben sich noch über die Staatsanwaltschaft und daraus leiten Sie dann ab, warum Frau Taubert diesen Demokratiepreis Lothar Pfarrer nicht geben kann. Ich habe es verstanden, Herr Scherer, Sie haben die Kriterien benannt, gegen menschenfeindliche, gruppenspezifische Feindlichkeit zu arbeiten. Ja, dafür hat Lothar König diesen Preis verdient. Das hat er 23 Jahre gemacht. Und gegen eine Obrigkeit hat er sich nie einschüchtern lassen, weder gegen die von der SED, noch gegen die Stasi, noch gegen heutige Staatsanwaltschaften, die in Dresden erst ermitteln gegen ihn wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung und anschließend herabstufen auf Landfriedensbruch. Dann stellen Sie sich hin und sagen, wie empörend das ist. Ich fand es schon empörend, dass gegen ihn ermittelt wird, wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung. Und die gleiche Staatsanwaltschaft nimmt unserer Landtagsabgeordneten Katharina König die Akten weg aus dem Auto unter dem Ermittlungszeichen von Lothar König. Und dafür ist hier der Landtag nicht mehr beteiligt worden. Offenkundig gibt es in Sachsen ein Justizproblem. Und offenkundig ist die sächsische Staatsanwaltschaft außer Rand und Band. Und offenkundig ist es notwendig, auch mal klar zu benennen, dass solche Verhältnisse in Thüringen nicht herrschen. Und dafür bin ich in der Tat dankbar, dass die Rechtsstaatlichkeit und die rechtsstaatlichen Prinzipien in Thüringen funktionieren. Und die Landesregierung und die Fraktionen, wenn Nazis aufmarschieren, auch mitkommen und gemeinsam Gesicht zeigen. Ich finde das zumindest erwähnenswert. In Sachsen lässt man jahrelang die Nazis aufmarschieren und stellt sich abseits hin. Und dann gibt es einen Menschen, der wird verurteilt, weil er durch ein Megafon gerufen hat, kommt nach vorne, kommt nach vorne und wird für 22 Monate ohne Bewährung verurteilt. Ich kann nur sagen, Tim hat unsere Sympathie auch verdient und unsere Solidarität auch verdient. Und hätten wir noch einen Vorschlag, würden wir den auch noch zum Demokratiepreis vorschlagen. Und zwar so lange, bis in Sachsen die Justiz endlich etwas unternimmt, dass die Nazis nicht mehr aufmarschieren können. Darum geht es. Und deswegen bin ich den Nebenklägern im NSU-Prozess dankbar, die die Angehörigen zu verschmerzen haben, die aus Thüringen, von Thüringer Mördern ermordet worden sind. Die haben sich solidarisiert mit Lothar König. Dafür bin ich Ihnen dankbar. Und Ihnen, Herr Barth, und Ihren Leuten kann ich nur sagen, schämen Sie sich über das, was Sie hier abgezogen haben. Applaus Für die SPD-Fraktion hat Frau Abgeordnete Marx das Wort. Frau Präsidentin, sehr liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, die FDP. Manchmal verstehe ich ja, was Sie meinen. Heute verstehe ich es nicht nur, heute bin ich auch empört. Was Sie uns hier zumuten, fällt Ihnen eigentlich gar nicht auf, wie armselig und peinlich Sie hier agieren. Sie negieren erneut die Unschuldsvermutung vor einer rechtskräftig gewordenen Verurteilung. Sie behaupten erneut, ein Angeklagter, der vor Gericht stehe dürfe, auch wenn er alle gegen den erhobenen Vorwürfe bestreitet und die Beweislage sehr dünn erscheint, keine Auszeichnung erhalten. Das haben Sie jetzt hier wiederholt. Und nur mal nicht am Rande, seltsam. Geschichtslos ist das von einer FDP, die lange Jahre einen vorbestraften Ehrenvorsitzenden hatte. Und dieser Hinweis, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ist alles andere als billige Polemik. Ich darf Ihnen nämlich auch die Erklärung wiedergeben, die die FDP immer dafür genannt hat, dass Otto Graf Lambsdorff trotz rechtskräftiger Verurteilung Ehrenvorsitzender seiner Partei bis zu seinem Lebensende war und sein sollte. Man hat nämlich gesagt, eine einmalige Verfehlung könne das Lebenswerk eines solchen wichtigen Mannes für die FDP nicht entwerten. Und hier haben wir nun auch einen Mann, der für sein Lebenswerk geehrt worden ist und dessen Verfehlung noch nicht einmal feststeht, der vielmehr sehr fragwürdig ist, dieser Vorwurf. Ihr Unverständnis geht aber leider noch viel tiefer. Eine politische Elite oder eine, die sich dafür hält, bezeichnet Demonstration als Minderheitenrecht, Herr Barth. Das haben Sie wirklich eben gesagt. Ich dachte, ich höre nicht recht. Es ist ein fundamentales Recht in unserer Demokratie. Demonstrations- und Versammlungsfreiheit steht ziemlich weit vorne im Grundgesetz. Lesen Sie mal nach. Eine politische Elite oder eine, die sich dafür hält und die Demonstranten an ihrer Wohlgefälligkeit misst, hat das Prinzip einer lebendigen pluralistischen Demokratie nicht verstanden. Der Souverän einer Demokratie ist das Volk und das sind alle Menschen in ihrer Vielfalt. Der Fähnchenschwenker und der Demonstrant, der sich erst auf die Straße oder zu einer Sitzblockade begibt, wenn er einem ihm behüteten Mainstream folgt, das Herr der Gutwetterdemonstranten, ja, die gehören zur lebendigen Vielfalt auch dazu. Aber mit ihnen allein würde das fundamentale Grundrecht für Meinungen mit Demonstrationen zu werben, zu einer Farce. Menschen würde verteidigen, Menschen würde leben, Maßstäbe durch Bildung und Beispiel setzen, vorleben und weitergeben. Das kann Politik, das können Parlamentarier und wir nämlich nicht alleine. In diesem Zusammenhang steht der berühmte Satz des Staatsrechtlers Ernst Wolfgang Böckenförde, ich zitiere auch mal für die Kollegen aus der CDU, der freiheitliche säkulare Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Übersetzt für uns heißt das, unsere Demokratie ist auf dem Fundament von Bürgern errichtet, die diese Staatsform aktiv leben und verteidigen. Wir brauchen solche Bürger und zwar mehr als solche Bürger uns brauchen. Mit Lothar König wurde ein Mann mit dem ersten Thüringer Demokratiepreis geehrt, der als einer der ersten, die erstarkenden Neonazis in Jena gesehen, ihre Gefahr erkannt und unermüdlich darauf hingewiesen hat, der als Jugendpfarrer versucht hat, junge Menschen aus dieser Szene zu lösen, der deshalb persönlichen Angriffen auf Leib und Leben ausgesetzt war und sich solchen Angriffen auch ausgesetzt hat. Und warum? Weil er selbst auch immer zur Gewaltfreiheit aufgerufen hat, der Salz in Wunden gestreut hat, die lange keiner sehen wollte. Dafür können wir ihm dankbar sein. Und die SPD begrüßt daher ausdrücklich seine Auszeichnung. Politiker aller Parteien und gewandt an die FDP, gerade auch Ihr Außenminister Westerwelle, fordern dieser Tage den türkischen Ministerpräsidenten Erdogan dazu auf, die Meinungs- und Erscheinungsvielfalt einer Zivilgesellschaft zu achten. Wer Erdogan kritisiert, wird vor dieser Thüringer FDP wohl kaum Halt machen können. Selten haben Sie uns so klar wie heute vor Augen geführt, wie Ihre Truppe das Erbe einer vormals für eine aktive, nicht bevormundete Bürgerschaft einstehenden FDP mit Füßen tritt. Lothar König, der 20 Jahre lang seine Haut für unsere freiheitliche Demokratie, sogar für Sie auch, zu Markte getragen hat und der honorig besetzten Jury, die ihm dafür den Demokratiepreis zuerkannt hat, zollen wir Sozialdemokraten unseren Respekt. Ihr Demokratie-Lama-Auftritt heute bereicht Ihnen dagegen nicht zur Ehre. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat sich Frau Abgeordnete Sigismund zu Wort gemeldet.